Aber nun werdet ihr die Erfahrung machen, was mit all denen passiert, die den Frieden mit Rom brechen. Stadthalte, bitte! Gibt es deinen Freunden und dir mit uns nicht gut genug? Beschafft ihr uns das Geld, wir sorgen für euch. Es geht um die Revolte in Judäa. Judäa, wen interessiert denn schon Judäa? Was regelt der dortige Stadthalte? Wie es scheint, nicht. Die 12. Legion wurde in Stücke gehauen, ihre Standarte ging verloren. Wir haben die Römer aus unserem heiligen Land verjagt! Wir haben unseren eigenen jüdischen Stadthalte! Wir werden über dieses Volk zu brutalen Terror bringen, dass man nur noch um Gnade winzeln wird. Wir müssen sie besiegen! Nein, sie sind viel zu stark! In einem langen Krieg werden wir sie nie besiegen. Doch wenn es dann zukommen sollte, werden wir alles verlieren. Wirklich alles, Josephus. Selbst den Tempel. Wirklich alles! Deressem